so Leute ich habe jetzt herauskommen wie man den Pyro Royal Endband, habe das auch alles getan und du bist jetzt auf jeden Fall Endband kannst du dir meine Videos anschauen du kannst mir deine Leitstimme so weiter sagen, alles wäre korrekt ich bin mir nicht aktiv mein PSV, der kommt schon wieder und ja, vielleicht sieht es jetzt scheiße aus weil ich sehe das jetzt nicht auf der Playstation 3.37 ich habe das Spiel gemacht nachdem er 7 Millionen Mal abkackt und ja, ich würde sagen, mein Schöpfchen Fall nein, ich müsste kein Abo Abo, würde mich schon freuen und Like aber ich müsste jetzt nicht wirklich ein Like da lassen weil es ist halt eigentlich nur ein Infovideo für Porn Porn ey, das nennt ich einfach Party Royale sagen und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder wahrscheinlich wird es ein Livestimme sein oder ein Clash of Clans Part mal gucken und bis dahin macht's gut tschüssi bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal